und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmersteinbaus ihr habt gewählt und ihr habt euch für den himmelblauen drabant 601 deluxe die 24516 von kobe entschieden und ich freue mich da auch sehr drüber dieses kleine putzige set hat es mir schon ein wenig angetan denn gerade in den alten bundesländern es gibt ja wohl nichts was mehr für die ehemalige ddr steht oder eben für den gesamten ostblock als irgendwo der trabant und das nicht nur geschichtlich sondern auch heute ist es ja noch ein kultfahrzeug und meiner meinung nach gibt es wohl keinen besseren hersteller als kobe der sich diesem thema annehmen konnte und hier in der 1 zu 35 reihe haben wir die möglichkeit dieses fahrzeug mit 71 steinen sehr sehr klein und handlich auch für sammler die nicht so wenig platz haben auch für sammler die nicht so wenig platz haben zu bauen und das hoffentlich in einer guten qualität das finden wir aber zusammen in dieser review heraus die verpackung ist wieder sehr schlicht gestaltet aber es sieht gut aus ich finde diese leichte aufteilung mit dem trabant symbol oben und dieser linie hier das macht schon was her auch wenn es jetzt nicht die am meisten gestaltete box ist auf der oberseite der box sehen wir noch mal den qr code für mehr informationen wir haben das fahrzeug noch einmal abgebildet mit dem schönen schriftzug und auf der rechten seite sehen wir dass das ganze natürlich wieder in der eu also in polen hergestellt wurde von 2024 ist dieses set also noch relativ frisch und auf der linken seite der typische wichtige kobe hinweist das ganze ist natürlich wieder pad printed wir haben hier keine sticker dabei auf der rückseite haben wir den trabant noch mal von einer anderen perspektive abgebildet wir haben ein paar fakten zu dem fahrzeug was ich immer sehr schön bei kobe finde und wir haben die maße stehen der trabi wird am ende zehn zentimeter lang fünf zentimeter breit und vier zentimeter hoch wie von kobe gewöhnt haben wir leider wieder die verklebte packung die man nicht wirklich zerstörungsfrei öffnen kann und diese ist ungefähr zur hälfte gefüllt darin finden wir dann vier steine tüten vor auf den ersten blick sehen wir natürlich sehr sehr viele drucke die schauen wir uns dann logischerweise am kompletten modell an und über die steine qualität reden wir auch wie immer erst wenn wir das set gebaut haben die anleitung ist schön klein und handlich aus einem hochwertigen papier sie ist klammer gebunden und auf der rückseite die schauen wir uns als erstes mal noch an sehen wir noch ein paar andere fahrzeuge aus dieser größenordnung den maserati finde ich jetzt nicht so spannend den zitrönen würde ich mir wahrscheinlich auch mal anschauen aber nicht unbedingt in einem video weil wir ja durchaus diese zitrönen 2 cv in anderen versionen hier schon auf dem kanal gesehen haben der opel rekord schwarzwitwe gefällt mir sehr sehr gut auch in dieser größenordnung auf den ersten blick ich glaube den muss ich mir auf jeden fall auch zulegen in groß habe ich den hier auch noch stehen den werden wir uns auch noch zusammen anschauen wenn wir dann die anleitung aufmachen wird uns da nichts überraschendes erwarten es wird wieder ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt und insgesamt haben wir 16 putzige bauschritte in dieser anleitung und wir haben diese teile liste dazu verlieren wir doch gar keine weitere zeit ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns gleich mit dem fertigen trabant 601 deluxe wieder ihr zuverlässiger begleiter der neue trabant 601 wendig schnell ausdauernd und robust und damit steht er doch auch schon hier zusammengebaut bei den wenigen teilen ist der bau natürlich sehr sehr schnell vorüber hat aber durchgängig spaß gemacht wir haben wie wir das schon aus dieser reihe kennen das typische schild dabei da ist nicht viel glanz da wird nichts gebaut aber es ist einfach eine bedruckte plakette die man sich mit daneben stellen kann auf noch bar also alles in ordnung das wichtige ist aber natürlich der trabi an sich ich finde ja sie haben ihn von der form wieder hervorragend getroffen gerade für die kleine steinanzahl was natürlich daran liegt dass wir gerade an dem hinteren teil und auch von formteile verbauen und an der fenster bedruckung die die fenster und die dachpartie natürlich noch mal vom motiv perfekt darstellt auch wenn bei der bedruckung die farbe leider wieder nicht zu 100 prozent getroffen wurde der unterschied ist minimal es fällt jetzt unter studio licht natürlich noch mal mehr auf als wenn er einfach ganz normal da steht also das ist schon wirklich in ordnung aber ein wenig spielraum nach oben gibt es immer noch die bedruckung der front ist wie immer wunderschön bei den trabis von kobe in diesem maßstab wir haben zwar einer round teils die als scheinwerfer bedruckt werden und auf das formteil gesetzt werden und auch dieses gesamte formteil ist noch einmal schön bedruckt die stoßstange ist ein eigenes teil was auch wirklich in silber ist was mir sehr gut gefällt und dann in das formteil rein gesteckt wird ähnliches konzept auch bei der rückansicht hier sind die rückscheinwerfer aber aufgedruckt das ganze ist auch wieder ein teil und wir stecken hier die stoßstange nur rein die felgen sind schlicht und einfach das was auf einen drabi drauf gehört und dass sie wieder daran gedacht haben dass natürlich der spiegel nur links sitzt und rechts keiner verbaut wurde gefällt mir sehr im innenraum haben wir zwei angedeutete sitzbänke was ja auch zum original passt denn in den 601 haben ja vier leute reingepasst und ein lenkrad der innenraum ist ja aber bei weitem nicht so detailliert wie das äußere was natürlich daran liegt dass hier relativ wenig platz bei dem set in ist und dass der innenraum sowieso nicht dafür gemacht ist um groß nach außen gezeigt zu werden das ist hier alles fest verbaut dort kann auch keine figur eingesetzt werden dem maßstab geschuldet das ganze fahrzeug soll einfach von außen gut aussehen und man soll von außen sehen dass dort zumindest die sitzbänke drin sind nicht mehr und nicht weniger und dafür reicht es auf jeden fall komplett aus an der anleitung gab es absolut nichts zu meckern die steine qualität ist ordentlich aber ich hatte das gefühl ich hatte schon mal kobe steine die sich angenehmer verbauen haben lassen diese waren beim verbauen wieder relativ hart und haben mich eher an die älteren kobe steine erinnert als an die der letzten zwei bis drei jahre alles vertretbar aber doch wieder etwas härter als sich das jetzt zumindest gewohnt war wir haben im himmelblau minimale farbabweichungen das hält sich aber auch in grenzen und hier gilt wieder dasselbe unter studiolicht ist das ganze erkennbar sonst erkennt man das ganze kaum wir haben ein einziges ersatzteil dabei und zwar eine felge wieso auch immer wir jetzt eine felge hier dazu haben die sollte auch nicht irgendwo verbaut werden es sind auch in der teilliste nur vier felgen angegeben aber hey lieber eine felge zu viel als eine felge zu wenig obwohl der einsatzzweck für eine einzelne trabifelge jetzt doch eher begrenzt ist sonst waren die steine wirklich genau so abgezählt wie wir sie auch in der teilliste haben es hat aber auch nichts gefehlt kurz gesagt ist das wieder ein wirklich schönes set für zwischendurch ich hatte durchgängig spaß bei dem set auch wenn der bauspaß natürlich hier relativ schnell vorbei ist das endergebnis gefällt mir sehr sehr gut und gerade für fans von diesen ostfahrzeugen ist das natürlich eine tolle sache auch noch in diesem kleinen maßstab so kann man sich auf eine relativ kleine regalfläche sehr sehr viele von den hinstellen und sich daran erfreuen also wirklich schön dass es diese fahrzeuge nicht nur in den großen sets gibt sondern auch für den durchschnittstypen hier etwas dabei ist und eben nicht nur für wirklich hardcore klemberstein fans die dann dort ganze regale mit klemberstein bestellen hier kann man absolut nichts falsch machen und dementsprechend bekommt das set von mir auf jeden fall auch eine kaufempfehlung wenn ihr natürlich selber dieses set besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und ein abo daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick